hallo leute ja ich wollte noch mal drauf drauf eingehen mit den schwemmen also ein magnet man nimmt nichts anderes außer diese komischen schwemme hier diese schwemme von der aquaristik oder in der küche nummer egal wo diese schwemme sind die einzigsten die angenehm sind fürs aquarium die alle anderen ja sind auch gibt es andere normale schwemme mit flächen und somit silber und sowas alles ist ja angenehm aber wer will denn mit silber arbeiten was soll die scheiße rumkratzen warum immer kratzflächen wir brauchen keine kratzflächen wir brauchen ja weil die alles was dran bleibt bleibt eben dran wird sowieso aufgegessen von anderen tieren im aquarium umfang wenn es biologisch sowieso nur noch läuft dieser schwamm wird nur benutzt um scheiben sauber zu machen und reinigen zu machen mit dem ganzen aquarium sachen und so nur mit diesem schwamm sonst gar nichts leute nur mit dem schwamm macht lasst euch nicht andere sachen aufzwängen oder verkaufen alles quatsch ja haben die auch gemacht bei mir und reden dann immer so schön mit dem kann man toll alles machen und repräsentieren aber scheiße repräsentiert man ja nicht man repräsentiert ja als mensch dinge die der mensch braucht und ich sage euch hier dieses ist einzigste was man nehmen kann zur reinigung von den scheiben und zur reinigung von allen sachen die zubehör für aquarium sonst gar nichts ja dann gibt es ja noch gbl reiniger aber das ist ja chemie da muss sollte man auch sich fernhalten auch wenn man damit gut umgehen kann aber das ist ja nicht angenehm man nimmt man weil irgendwann muss man ja den eimer wegschütten ich sage euch nur wie es ist also sucht man andere reinigungsmittel nämlich nur nicht im reinigungsmittel sondern von der natur dinge ja da gibt es viele natürliche sachen damit kann man auch alles reinigen ja ja es ist weiß ich jetzt nicht ob das jetzt na eigentlich ist ja im silikon auch essig drin und kommt dann sowieso ins wasser also es sich kann man auch nehmen eigentlich und dann ausspülen richtig ist immer noch besser als alles andere war und zitronensäure kann man nehmen von zitronen ja für für die kann man auch nehmen ja aber muss man mehrmals ausspülen sind alles natürliche dinge ja von obst und gemüse zu nehmen alles so von essen und trinken sowas kann man alles nehmen aber nicht chemie leute nimmt keine chemie gut dieser schwarm ist wichtig für alle aquariumer also für alle die ein aquarium zu hause haben nur diesen schwamm holen macht erst gar nicht den fehler lasst euch nichts aufquatschen so wie sie jetzt überall versuchen immer werbung zu machen für den schwamm und deswegen mache ich das jetzt auch noch mal um den leuten zu sagen dass man nichts anderes nimmt außer diesen diesen handschuh von michael jackson haben die auch nur erfunden weil die michael jackson zelebrieren wollen das ist nicht so dass sie den tue dass der handschuh wirklich viel mehr mehr bringt als das ding quatsch in den ecken kommst du damit genauso ran ist alles blödsinn also man nimmt nur das und nichts anderes und wer mit der natur ist mit der erde der gibt mir recht also nicht recht der weiß dass es die wahrheit recht ist auch wieder satanismus der weiß dass es wahr ist okay angenehmes wochenende weiterhin